Bei der Vorwärtsrolle mit Strecksprung ist es wichtig, dass man die Vorwärtsrolle schon beim Liegenbleiben richtig macht. Deswegen zeige ich diese Technik in drei Teilen. Als erstes die Vorwärtsrolle mit Liegenbleiben. Wichtig ist, dass wenn ihr liegt, auf der Seite liegt, einer ist auf dem Bauch und beide Füße sind nebeneinander. Der Fuß liegt nicht unter dem anderen. Die beiden Füße sind nebeneinander. Nun mit Aufstehen. Wichtig ist, dass ich nicht über das Knie aufstehe. Wenn ich nun ordentlich aufstehen kann, kann ich auch den Strecksprung direkt hinterher durchführen.